Wir kennen das aus eigener Erfahrung, dass der Frauenanteil in MINT-Berufen extrem niedrig ist. Das wollen wir verändern. Dabei ist es uns besonders wichtig, den Frauen nicht nur mehr Sichtbarkeit zu geben oder allgemein über das Thema zu sprechen, weil wir wollen aktiv mehr Frauen in Fach- und Führungspositionen bekommen. Unser Kennenlernen war tatsächlich in der Uni-Zeit. Wir haben beide im Hochschulsport Tennis gespielt. Da haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir die gleichen Interessen haben, dass wir die gleichen Visionen auch haben. Ich glaube, wir waren beide schon immer mit dem Gründungsgedanken unterwegs und haben einfach irgendwann gemerkt, Moment mal, wir haben beide, ja sag ich mal, die Vision einmal Gründerin zu werden. Wir haben aus unserer eigenen Erfahrung heraus dann MINTED endlich gegründet und sind da auch sehr stolz drauf. MINTED steht für die MINT-Berufsgruppe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und das D steht für Diversity. Wir vermitteln internationale, hochqualifizierte und weibliche MINT-Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland. Das Innovative an MINTED ist einerseits der Fokus auf Frauen und andererseits eben das Technische, nämlich unsere Plattform, die auf künstlicher Intelligenz basiert und zu besseren und vor allem schnelleren Matches führt. Und unser zweites Fokusthema der Fachkräfte-Einwanderungsprozess und da wollen wir eben mit anpacken und das ein Stück weit digitalisieren und erleichtern da, wo wir es erleichtern können. Also dadurch, dass wir auch zwei Frauen aus der Branche sind, also aus dem MINT-Feld, haben wir einfach eine ganz andere Nähe zu unseren Talenten. Ich habe es auch ganz oft erlebt, dass ich in IT-Teams von 60 Leuten arbeite und davon teilweise nur zwei, drei Frauen. Da fehlen einfach die, sag ich mal, die Role Models, da fehlen die diversen Teams und deswegen wollen wir uns da halt aktiv für einsetzen und haben uns eben überlegt, dass es nicht ausreicht, irgendwie nur Women Panel Talks zu halten, sondern wir wollen aktiv die Frauen platzieren und ihnen zu besseren Fach- und Führungskarrieren verhelfen. Hi, ich bin Emily König. Und ich bin Natalia Wallroth. Und wir sind die Gründerin von MINTIT.